Die Wissenschaft ist seit jeher global. Von ihr wird heute mehr denn je erwartet, dass sie Beiträge zur Lösung der globalen gesellschaftlichen Probleme beisteuert. Die Schweiz und Großbritannien haben wesentlichen Anteil an der europäischen Forschung und tragen zu ihrer Visibilität bei. Doch nun sind sie ausgeschlossen vom größten europäischen Forschungsverbund Horizon Europe. Es ist nicht sinnvoll, dass die Forschung in der Politik verletzt. Ich nenne also die Mitglieder der EU, die Mitgliedstaaten und die Großbritannien und der Schweiz, die sich in der Europäischen Forschung an engagieren, um eine gemeinsame Forschung über den nationalen Grenzen zu werden, in Europa wieder zu verbinden. Es ist zusammen die Forschung zu schaffen. Das ist das Grund, dass ich die Initiative Stick to Science unterstütze.